Wenn wir solche Plots erstellen, wie wir das gerade mit Plotly machen, dann wollen wir eigentlich eine Geschichte erzählen. Und heute schauen wir uns den fortgeschrittenen Scatterplot an, der eigentlich für sich schon eine Geschichte erzählt, indem wir ihm einfach nur die Daten geben und ihn richtig formatieren. Dann erzählt er alles von selber und das ist das, was wir eigentlich uns immer erträumen. Dazu haben wir nochmal uns ganz kurz diesen Gapminder Dataset runtergeladen, beziehungsweise verwenden den, der ist ja in Plotly quasi dabei. Und wir gucken uns das Ganze mal mit Pandas an. Und ja, was ist das eigentlich für ein Dataset? Also Print Dataset oder DF4. Und weil wir uns noch die Columns separat ausprinten wollen, damit wir wissen, was es alles gibt, schauen wir uns doch mal die Columns an. So, und dann versuchen wir mit diesem Datensatz von sich aus, was ist geschehen? Achso, ja, ich sollte vielleicht Exit machen. Mit diesem Datensatz komplett eine Geschichte zu erzählen und das ist gar nicht mal so schwer, wie man sich das vorstellen würde. Wir haben hier vorne die Länder, also das sind quasi immer die Ländernamen. Dann haben wir den Kontinent, dann haben wir die Jahre und die Jahre gehen natürlich immer weiter und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch irgendwas zwischendrin, das kommt unten. Dann haben wir hier GDP per Capital, das heißt quasi Bruttoinlandsprodukt. ISO ist quasi der ISO-Name des Landes und die ISO-Nummer ist auch nicht so wichtig. Und hier zwischendrin haben wir noch interessante Sachen. Country, Continent, Year, das haben wir schon kennengelernt. Life Expectancy, Population und Bruttoinlandsprodukt. Und wir wollen das jetzt in Relation stellen. Das heißt, das Land, den Kontinent, das Jahr, die Lebenserwartung, die Bevölkerungsmenge und das Bruttoinlandsprodukt. Die ISO-Sachen hier unten interessieren uns nicht. Wie machen wir das? Und das kann man alles in einen Scatterplot reinpacken, der dann für sich alles erzählt, was wir haben wollen. So, das heißt, auf der X-Achse wollen wir was abtragen. Nun, wir können doch einfach hierher gehen und das ganze Bruttoinlandsprodukt auf der X-Achse abtragen. Das heißt, GDP per Cap können wir hier als X-Achse wählen. So, als Y-Achse wählen wir doch mal die Lebenserwartung, das heißt die Life Expectancy. Und jetzt sind wir eigentlich schon fertig, oder? Das Ding ist, wir können jetzt hier eintragen, dass wir ganz gerne eigentlich im Jahresverlauf das alles sehen wollen. Und das ist jetzt das, was erweitert ist, was ich euch neu zeigen möchte. Und das heißt, wir haben hier eine Animation Frame und müssen ja angeben, was wir eigentlich animieren wollen. Das wäre das Jahr. Und wir sagen, was für eine Gruppe wir für diese Animation Frames wählen. Und das wäre unser Country. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt können wir nämlich hier noch hergehen und können sagen, wir machen, wobei, wir lassen es erstmal dabei. Dann seht ihr, was das für Features sind. Den Rest machen wir gleich noch. So, wir haben hier die Life Expectancy auf der Y-Achse und wir haben auf der X-Achse das Bruttoinlandsprodukt. Und wir sehen hier schon, irgendwas stimmte hier nicht. Irgendein Land hat hier richtig hart reingefarmt und schon im Jahr 1952 über 100k Bruttoinlandsprodukt gemacht. Aber gut, was wir jetzt hier eben haben ist, wir können das Ganze hier animieren. Wir können sehen, boom, die Länder gehen immer weiter nach rechts und ihre Lebenserwartung geht auch immer weiter nach rechts. Und wir sehen eindeutig dieses 100.000 Euro Bruttoinlandsprodukt hier. Das hat sich irgendwann normalisiert. Das ist jetzt kein so krasser Ausreißer mehr. Die meisten sind eigentlich hier drüben. Das heißt, wir könnten hier auch hergehen und, wobei, das war zu viel. Ja, das ist doch gut. Wir können hier einfach das so lassen und dann sehen wir hier, okay, wobei, eigentlich brauchen wir hier noch ein bisschen mehr. So, also hier unten ist die Lebenserwartung bei ungefähr 28. Das ist schon verdammt wenig, wenn man sich das mal so überlegt. Aber wir können hier tatsächlich, wir könnten natürlich auch so ein Maximum einstellen. Aber ja, das wäre so ungefähr der Bereich, der für uns interessant ist. Und hier sehen wir, boom, das macht sehr viel aus. Also, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Informationen. Mit einem Doppelklick kriegen wir das Ganze immer wieder hin. Und wir sehen das Ganze so im zeitlichen Verlauf auch. Und ich glaube, das ist so ziemlich das, was am meisten hier Aussage gibt, wenn wir hier unten so eine Zeitleiste durchlaufen lassen. Wir können das sogar animiert durchlaufen lassen. Und das ist halt das Besondere hierbei. Weil wir hier wirklich hingehen können und sagen, ey, wir haben hier eine Animation. Und das ist das, was ihr auch öfters mal vielleicht auf YouTube findet. Jetzt müssen wir natürlich hier offensichtlich die Ranges eingeben, weil das machen wir nicht gerne jedes Mal. Vor allem nicht, wenn das Ding durchläuft. So als Animation, jetzt sehen wir ja gar nichts. Und jetzt sind wir wieder komplett woanders. Also, ja, das macht keinen Sinn so. Wir müssen hier definitiv eine Animationsreichweite sozusagen angeben. Das müsst ihr halt bei so Animation Frames auch immer eigentlich machen. Und in unserem Fall wäre das Range X. Die wäre so ungefähr von 100 bis ich glaube 60 oder sagen wir mal 80.000. 80, 1, 2, 3. Das wäre so das, was wir an der X-Achse, also an Bruttoinlandsprodukt, an Range anmessen wollen. Und die Lebenserwartung, die ist ungefähr im Bereich von 25 bis 90 haben wir gesehen. Also 28 war, glaube ich, das niedrigste gewesen. Und 90 wäre das höchste. So, und jetzt haben wir ungefähr auch nochmal, na, wo ist es? Da ist es. Jetzt haben wir einen anderen Blickwinkel da drauf. Jetzt können wir das Ganze einfach hier laufen lassen. Wir sehen hier, was eigentlich gerade passiert. Und hier macht es einfach wutsch. Das war eindeutig ein Ausreißer. Ich glaube, die haben da ordentlich gelogen. Aber wir sehen auch hier, das Bruttoinlandsprodukt ist in manchen Ländern auch schon echt ordentlich hoch. Und vor allem die Lebenserwartung ist in den ersten paar Jahren nach 1950 echt ordentlich nach oben gekraxelt. Aber es ist gar nicht mal so einfach hier die 80er Marke irgendwie zu knacken. Das haben immer noch viele nicht geschafft. Was mich aber fasziniert hat, waren diese Punkte hier unten. Und das ist auch so ein Prozess, den ihr wahrscheinlich im Data Science Bereich öfters mal habt. Dass ihr hier unten einfach so Punkte findet, wo ihr denkt, öh, was ist da denn los? 42. In welchem Land werden die Leute denn nur 42 Jahre alt? Und das wollen wir uns auch noch hier animieren lassen. Wir gucken mal ganz kurz. Und zwar setzen wir hier mal eine Color fest. Color ist gleich schon, auf was machen wir die fest? Naja, am Kontinent. Wir sagen, wir wollen die Kontinente für sich betrachten. Also nicht für sich betrachten, sondern eben hier die Kontinente jeweils haben. So, und hier oben sehen wir, Kontinent ist Europe. Und blau Kontinent wäre Amerika. Und ja, hier sehen wir, okay, das läuft offensichtlich hart nach oben. Und dieser eine Outlierpunkt hier, das war dieser blaue, der hier so hin und her springt. Das war irgendein asiatisches Land. Das will ich nochmal ganz kurz haben. Halt, stopp, mach mal Stopp hier. So, wo sind wir? Irgendwo hier müsste der Punkt, glaube ich, reinrutschen. Der hier. Was ist das? Das ist irgendein asiatisches Land, was einfach nur unfassbar viel Kohle macht. Aber gut, das könnte auch einfach nur ein Fehler in den Daten sein. Und das würde man so natürlich auch dann relativ gut sehen. Aber wir sehen, manche dieser grünen Länder sind tatsächlich auch wieder runtergerutscht. Also achtet mal darauf, hier oben sind ein paar grüne Länder. Und hier, bup, ein paar droppen wirklich nochmal ordentlich nach unten. Und das sind Länder in Afrika. Und das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Da kann man auch schon eigentlich eine Story draus ableiten, wenn man so möchte. Okay, also quasi verstehen lernen, warum das eigentlich so ist. Wisst ihr, das ist ja eigentlich der Punkt, warum wir solche Daten überhaupt benutzen wollen. Wir wollen die Hintergründe verstehen, warum manche Sachen passieren. Und dann wissen wir, okay, da sind ein paar grüne Länder runtergedroppt. Das sind afrikanische Länder. Und das wäre dann durchaus was, was man machen kann. Jetzt ist das vielleicht dem einen oder anderen immer noch ein bisschen nicht übersichtlich genug. Und außerdem haben wir die Population ja noch gar nicht abgetragen. Und deswegen würde ich eigentlich hier noch eine Sache ganz gerne machen. Und zwar die Size zu stellen. Die Size von den Punkten bei unserem Scatterplot. Und die setzen wir auf Pop, was die Population ist. Und eine weitere Feinheit machen wir hier auch noch. Und zwar sagen wir hier der Hover Name, damit wir auch wissen, welches asiatische Land da aus den Daten rausfliegen muss. Weil es nicht stimmt oder keine Ahnung, was mit dem Land los ist. Setzen wir hier den Hover Name auf Country. Und dann gucken wir mal. Und jetzt haben wir hier einen Datenpunkt, wo wir wirklich sehen, ups, ein paar Länder sind wirklich, ähm, also wenn wir hier drüber hauern, dann sehen wir hier oben immer Sudan und Egypt und Pakistan. Pakistan hat verdammt, ah ne, China, okay. Ich dachte gerade, Pakistan ist doch nicht so groß. Dann haben wir hier Japan, ähm, wir haben hier United States, wir haben hier Kanada, Australia, New Zealand, Sweden, Netherlands, Norway. Ein paar Punkte sieht man nicht mal mehr, weil sie so klein sind. Ähm, das müsste man vielleicht noch ein bisschen fixen. Aber wenn wir das jetzt hier uns so angucken, dann sehen wir, boom, äh, China ist ordentlich nach oben gehüpft erst mal. Und dann haben wir hier so andere Punkte. Irgendwie sind mir die Daten noch so ein bisschen zu klein, muss ich leider gestehen. Und deswegen, ähm, würde ich eigentlich ganz gerne hier die Sachen, äh, separat mir noch angucken können. Und genau aus dem Grund switche ich jetzt nochmal ganz kurz hier in unseren Code rüber. Und wir machen zwei Sachen. Wir möchten einmal, ähm, dass das Ganze hier vielleicht nicht ganz so extrem abgetragen wird. Ähm, das heißt, wir sagen hier, wir hätten ganz gerne das logarithmisch auf der x-Achse gesetzt. Ähm, das sieht dann folgendermaßen aus. Ich zeige euch das. Ähm, hier, also sehen wir quasi, hier sind 100 Euro Bruttoinlandsprodukt. Hier sind 1000, hier sind 10.000 und hier wären dann irgendwo 100.000. Ihr versteht, was ich meine. Das heißt, so hat man eben die Unterschiede logarithmisch dargestellt, ja. Ähm, damit es eben nicht so brutal, ähm, oder damit die Unterschiede, äh, deutlicher werden. Und, ähm, im oberen Bereich macht es nicht mehr so viel Unterschiede. Also, ob ihr quasi 20.000 oder 30.000 Euro macht oder Einnahmen habt, ist nicht mehr so relevant, als ob ihr jetzt 1000 oder 10.000 habt, ja. Ähm, da ist halt Faktor 10 einfach drin. Das ist halt vor allem sehr, sehr viel für arme Länder. Während, ob ihr jetzt 20.000 oder 30.000 habt, das macht dann schon nochmal klar einen Unterschied, aber eben nicht mehr so gravierend den Unterschied, wie zum Beispiel zwischen 1000 und 10.000 oder gar 100 und 1000, was nur 900 Unterschied macht. Das heißt, man hat hier quasi besseren Überblick über das Ganze. Auf der anderen Seite will ich jetzt allerdings noch diese Punkte, die ja wahnsinnig klein waren, ein bisschen besser sichtbar machen. Also, ich will euch das nochmal kurz zeigen. Hier die Punkte, äh, ich sehe ja Neuseeland nicht mal. Ich sehe auch Kanada nicht mal. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir setzen die Max Size, äh, die Size Max, sorry, falschrum gesagt, ähm, setzen wir mal auf 100. Und 100 könnte ein bisschen groß sein, ich muss gleich mal gucken. Aber hier sehen wir, ja doch, das ist ganz okay, würde ich sagen. Hier sehen die Punkte einfach ein bisschen größer aus, wenn sie wirklich riesig sind. Aber man sieht auch noch die kleinen Punkte. Guinea-Bissau ist immer noch sehr, sehr klein. Wir können das Ganze auch mal hier auf, äh, 300 setzen. Dann ist quasi der größte Punkt auf 300 gesetzt. Das wäre in dem Fall China. Und alle anderen Punkte werden halt demnach, ähm, skaliert. Wobei hier G, Buti und, äh, Bahrain und, äh, Re, Union, das kenne ich nicht, ähm, sind sowieso noch sehr, sehr klein. Aber ja, ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt so eine grobe Vorstellung, was das eigentlich sein soll. Und ja, es ist ein bisschen schwieriger, hier rauszufinden, dann, ob die Life Expectancy in China dann 40 oder 50 war. Wenn man aber drüber hat, kann man sehen, sie war 44. Das heißt, es geht immer noch ungefähr in der Mitte. Ähm, und wenn wir uns das jetzt mal animieren, dann sehen wir hier, wo die ganzen Länder eigentlich hingehen. Und was die hier alle für Punkte machen. Und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Animation. Animation, weil man hier auch tatsächlich sehen kann, was hier eigentlich so zwischendrin passiert. Und gerade durch die Animation, finde ich, kann man das sehr, sehr gut nochmal erkennen, wie sich die Länder alle entwickelt haben. Eben gerade dieser Sturz nach unten bei den Grünen, der macht mir ein bisschen Angst. Und hier sehen wir immer noch, dass der Kongo eine relativ niedrige Life Expectancy hat, auch im Jahre 2007 noch. Solche Sachen kann man hier relativ schnell dann eben auch ablesen. Wunderbar. Ähm, ja, und so könnt ihr tatsächlich mit euren Daten sehr, sehr viel machen, finde ich. Auch gerade solche Videos oder solche Animationen, die sind sehr, sehr aussagekräftig. In dem Sinne gefällt mir dieser Plot eigentlich bisher immer noch am besten, muss ich sagen. Oder zumindest als einer der Besten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.